Ich bin die Diana Burger und ich bin Singer-Songwriter. Es ist so unglaublich schön, dass was man im Herzen trägt oder im Kopf als Vorstellung hat, auf einmal wird es Realität. Und ich habe im Mai mein drittes Album auf die Welt gebracht und released. Es ist so ein Glück, dass wir auf der Welt sind, dass wir gesund sind, dass ich auf der Bühne stehen kann. Man kann so viele Facetten leben, das erfasst mich mit so einer Dankbarkeit. Und das ist ein Einmal-bitter-alles-Gefühl. Wir sind eine ganz bunt gemischte Band. Der Gitarrist, der Wolfgang, der war mit Howard Carpendale auf Deutschland-Tournee. Der Keyboarder, der Peter, der hat mit Marianne und Michael gearbeitet und war mit Roy Black auch auf Tournee. Der Bassist, der Jürgen, der spielt in Musicals. Und der Schlagzeuger, der Quilin, der hat in verschiedenen Youngster-Bänden gespielt. Und ja, heute hat es auf der Bühne richtig gerockt. Eine Nacht in Paris. Und das ist so, so schön. Ja, wenn euch ein Song gefällt, dann streamt den Song, empfehlt meine Lieder, schreibt mir auf Social Media, auf Insta oder auf Facebook. Ich freue mich total, mit euch connected zu sein. Ich bin nicht weit weg und ich schicke euch viele Umarmungen, egal wo ihr gerade seid. Ich bin nicht weit weg und ich schickke euch kurz vor. Untertitelung des ZDF, 2020